Hallo, mein Name ist Susanna Schöpko-Wartala und ich werde euch eine unserer Klopfübungen zusammen mit Alec jetzt zeigen. Die Übung heißt Niere, Schulter, das macht guter. Die Übung zentriert uns, erdet uns und bringt Schwung in unser Leben hinein. Wir stehen dafür schulterbreit, die Füße parallel, wir fühlen den Boden unter unseren Füßen und stellen uns eine goldene Kugel in der Mitte des Unterbauchs vor. Sie zentriert uns auch. Dann sind wir bereit zu beginnen. Niere, Schulter, das macht munter. Niere, Schulter, das macht munter. Niere, Schulter, das macht munter. Dann fühlen wir ein bisschen nach, bringen unsere Hände zum Bauch und fühlen uns in die goldene Kugel in der Mitte des Unterbaus. Atmen ganz entschieden dort ein und lösen. Vielen Dank. Danke.